Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete, Spectatoris und Auditoris. Ich melde mich nur ganz kurz heute mit einer Livestream-Ankündigung. Und zwar heute, 24.11. wird es einen Livestream geben auf meinem Twitch-Kanal. Ich sag mal, Startzeit ist so roundabout 22.15 Uhr plus minus paar Minuten. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und den Link zum Channel findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und ich sag dann mal, bis später hoffentlich, was die Spiele angeht. Ich muss noch ein bisschen EU4 aufnehmen, bin aber ansonsten auch wieder für Änderungsvorschläge offen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir uns dann dort sehen. Bis dann, tschüss und Pax Vubiskum, Valete!